Hier geht's mit Elie Gella Elie Gella Elie Gella, du bist der Beste, Mann Ich liebe dich Congratulations Elie Gella, ich bin großartig und ich sehe dein Video auf YouTube Oh, mit habe ich angerufen vorhin Bitte, da darf jetzt nicht der Uhrwirt sein Omid Mailbox Wenn er mich nicht bei WhatsApp beschrieben hat, rass dich aus Er schreibt um 20.30 Uhr, 1% vor Tür und Schlüssel vergessen Komme gerade nicht Um 19.33 Uhr habe ich ihm geschrieben, 20.30 Uhr geht los Er meinte, ich bin gerade bei Eltern, gehe gleich los, brauche 45 Minuten, schaffe ich Also ohne Witz, das ist schon wieder eine richtige Omid-Aktion So eine richtige Real-Talk-Classic-Omed-Aktion Wer fehlt denn hier noch? Ich schwöre, wie kann man denn immer, immer zu spät kommen, Bro? Er ist auch wirklich immer Er ist nicht ab und zu, Bro, du bist immer zu spät Du kommst immer zu spät, Edos und du bist auch noch Schankste in der Mon-Ass Ich habe mir das letzte Video angeguckt, du bist Kacke Ich sage es jetzt hier offiziell Giftsabs, alle da unten, außer alle Subs Alle sind dabei, alle sind dabei Willi und ich haben Bowling, Elie Das wird wieder teuer Matze, du kommst nach unten, Matze Danny! Ich geh 50 Subs, Elie Ja, du hast recht, Edos Ich muss heute auf Deckel machen, ich kann heute nicht giften, das ging nicht Du bist der Urwitt, Edi Ich bin noch nicht warm Es ist viel zu früh für mich Zeit für den Kahl Ja Oh Willi ist dead direkt Ancamps? Ja, direkt ancamps Okay, okay, wie frisch? Müsste eigentlich relativ frisch sein Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin mit Danny hochgelaufen Danny ist rechts gegangen Elie, du hast mich ja gesehen Ja, ich war Reactor, hab diese Dings-Task gemacht Und wieder runtergelaufen, ich war es nicht Warte mal, ich kann Warte mal, wir waren noch da Ja, wir waren noch links Ja, wir könnens kurz ausschließen, das ist einfach Matze Warte mal eben Wir beide waren der Electrical, du bist nach rechts Ich war mit euch der Electrical Und auch einer war mit uns Da ist mit Danny entgegen Ich war auch mit Achmed, Matze, ich Koray war ganze Runde rechts und Admin Koray war ganze Runde rechts und Admin Koray, Mo, Danny, Kuba, Eldos Die weiß ich nicht Ich war die ganze Zeit rechts Ganz kurz, einer von denen muss die Key gemacht haben Koray, Danny, Kuba, Eldos Matze war es nicht Matze war es nicht Ich bin nicht Ich bin nicht müde, Bruder Ich war jetzt bei Admin, bei Koray Koray hat Code ausgemacht Stimmt das, Koray? Stimmt das? Ja, stimmt Ich hab kurz was gemacht, stimmt Ganz kurz redevoll Dann könnte er aber auch im Event sein, Mo Wenn Eli mich ausschließen kann Und ich weiß nicht nur, Achmed glaube ich Dann muss Danny sein Also, weil er ist frisch Ich Warte, wer war noch links Wer hat mich eben links gesehen Wer war das noch? Dull oder war das? Ja, ich hoffe, ja Dann kannst du auch dullen, weil ich bin es nicht Also, ich kann Matze save, Matze ist nicht Er ist gerade hochgelaufen Also, ich sagte, es muss Dull oder Danny sein Einer von beiden Monaten Ich glaub nicht, dass Dull oder Self Report macht Ja, aber Danny ist schon sehr wahrscheinlich Hab nix aus, aber ich bin es nicht krass Also, wer ist das? Danny und Dull 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 Danny 80% Boah, schwer Das Ding ist sauber Danny darf jetzt keinen Kill machen Ich muss jetzt 2 schaffen Ist hier ein Hühnchen? Kuba will ich nicht kill? Kuba ist nämlich komplett verplant Bei denen kracht es immer komplett Matze auch nicht Dull auch nicht Ich muss... Schwierig gerade Ach, Leid sind aus, ne? Wer ist mir entgegengekommen? Oh Leiche Apa Engine Ich bin von unten hochgelaufen Na, wo ich da? Krass Es sind mir 2 entgegen gelaufen Und ich will, dass diejenigen jetzt ihren Namen sagen Bevor ich sie nicht kenne Wie lange war das her? War das frisch? Weißt du das? Keine Ahnung War wirklich gerade Dull und... Noch einer Es sind mir 2 entgegen gerannt Ich hab gerade die Farbe Ich meine, dass es grün war Ich bin mir auch nicht sicher Ich bin mir auch nicht sicher Ja, weh, du bist dir nicht sicher Ja, es kann sein, dass ich es war, Bruder Ich bin mir nicht sicher Also, dass du den getötet hast Kann sein? Ich hab ihn zuletzt bei Matvek gesehen Und dann ist er zu Appeln gelaufen Wer jetzt? Und dann seid ihr zusammen... Dann seid ihr zusammen runtergelaufen? Könnt ihr euch rausnehmen oder... Ich hab meine Flaschen abgefüllt Und dann bin ich durch Captain Rea runter Ne, ich hab eh nur so alles gespät gesehen Kann ich doch für die Runde save... Ich war das nicht, Mo Also... Für die Runde... Kann man für die Runde... Kann man für die Runde saveen, Mo Oh Nee, gar nicht Aber das war mal wieder gut gespielt So, Mo muss jetzt... Mo ist es hundertprozentig... Mo muss es dann glauben Ich hoffe, mich hat niemand gesehen Ja, das wird nur fünf Aha, aha, aha So, ich bin gerade hochgelaufen mit Dings Ne Matze Matze, ich war's nicht Das kam mir gerade entgegen Okay Das ist... Ja, ja, ich kam von rechts oben Was? Ich kam von rechts oben Ist es dein Ernst? Ich bin in Captain Rea Ich weiß nicht, wer das genau war Ich weiß nicht genau, wer damit noch dabei war Guck mal... Danny, Danny, ich... Rhyrex nicht Es ist Rhyrex, es ist Rhyrex Er hat Selfreport gemacht Es ist er Warte, dann ist Kuba, ey Okay, warte, 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 warte Ich weiß es Eldos, du warst auch gerade dabei, gell? Ja, ich bin von rechts oben gekommen, Bro Ich hab direkt reported Was für Selfreport, Digga? Es ist Rhyrex und Eldos Nein, das ist... Bruder, das ist... Danny, Danny, bitte Danny, bitte Danny, bitte Danny, Kuba Danny läuft drüber Ich bin gerade... Ich bin gerade... Nicht schwören, Matze, du schwörst die ganze Zeit Ich bin gerade hochgelaufen Richtung Cafeteria Da waren wir eingesperrt Wer war denn das? Ich war da auch... Wo war die Leiche? Wo war die Leiche? Die war Cafeteria unten rechtsmäßig Rechts, unten, direkt wenn man reinkommt Von Admin, ja Admin, ne? Ja, da warst du auch Kuba, oder? Ja, da war ich auch gerade Und da war Eld... Ne, Dullen, du warst da Und Rhyrex war da Wir drei Ganz kurz, ich kann Eldos rausnehmen Und, wer ist ein Camp? Ich kann Eldos rausnehmen Ja, ja, ja Ich kann Eldos rausnehmen Ich war unten Ich war unten Ich war unten Bro, Bro, Bro Ich sag ehrlich, wen ich es erst hasse Ist Dullen Dullen und Rhyrex 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 Dann muss es Dullen sein Von der ersten Runde her Und dann war Danny Wahrscheinlich war ich erste Runde safe Bruder, Rhyrex Wer ist das dann jetzt? Ganz kurz, ganz kurz Hier ist ganz tolle Unruhe Ich glaube die werden auf mich gehen Egal was passiert Niemanden Also jetzt erstmal skippen Und bei 6 Einfach mal zurück erinnern Wer es hasse war Matze Dullen Danny Nein, Eli, Danny Kann mich doch nicht helfen Ja Ja Ich war mit ihm angespennt Was mit Kuba, Digga Was labert Kuba eigentlich die ganze Zeit? Ich war hier ohne safe Aber für den ersten Kill Wird das dann Dullen gewesen sein Ich will das nicht Eli Ich hab ihn doch gesehen Ich hab ihn doch gesehen Eldos Scheiße Eldos soll drin bleiben Damit ich Eldos so mäßig Dass er sich auf mich konzentriert Aber jetzt Ein Kill jetzt Und wenn die dann den falschen raus wählen Haben sie verkackt Nein, 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 nein Denn die Nur ein Kill Nur ein Kill Er will einen Doppelkill machen Das ist Quatsch Doppelkill Die werden ihn nicht raus wählen Die laufen gerade leider zusammen Wir müssen die trennen Wir sind alle gerade zusammen Scheiße Oh mein Gott Was macht der? Was macht der? Was macht der? Oh Ah Okay 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 Ich lag falsch Ich lag falsch Ich lag falsch Ich lag falsch Kuba raus Ohne viel reden bitte Ohne viel reden Vertraut mir Es ist Tripp Es ist er Er hat ihn vor meinen Augen gekillt Warte mal eben Wer hat den Kuba eben noch gesasst? Digga Wo Mats da auch meint dass es Kuba ist Digga Bitte einfach raus Vertraut mir Eli Jungs Bitte vertraut mir Er hat ihn vor meinen Augen getötet Warte jetzt Antikumates Wir müssen jetzt alle Wir müssen alle denselben wählen Und zwar Kuba hat mich letztes Mal gesasst Obwohl ich keinen Kill gemacht haben konnte Und danny hat den Kilo natürlich nicht gemacht Ja Ja Danke Ja Ja Ich kann das verstehen Bitte Nein Rhymeck direkt auf mich Es sind die zwei Es sind die zwei Digga sonst schreie ich immer viel Ich hab daraus gelernt Bitte einfach ohne viel reden Kuba raus Rauschen Er killt ihn vor Ich hab sogar extra Ich hab sogar extra Da ist soviel Ohren nur drin Ja Tarsenbach ist hier eh in der Gruppe so ein Problem Weil wir einfach viel besser spielen können Bro Es ist kein Zufall mehr Danny Es ist kein Zufall mehr Danny Es ist kein Zufall Bro Es kann kein Zufall sein Eli das wäre unser Back-Free-Back gewesen Du wirst es ganz freuen Die Runde geht auf dich Warum geht die auf mich? Ich hole die gar nicht Junge Wir sagen endlich Ich muss Dullen oder Danny Denn Dullen ist tot Ihr lässt Danny am Leben Bro Ich schwörs euch Es ist kein Zufallmärche Ich bin Der beste Imposter Und der zweit oder drittbeste Crewmate Es ist die Wahrheit Es ist einfach die Wahrheit Die hatten ja gar keine Ahnung Eldor Das ist Quatsch Ja Muss sein Bruder Wir spielen seit zwei Jahren Seit zwei Jahren Nein Bruder jetzt ehrlich Wir spielen seit zwei Jahren Ja 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 ich hör dir zu Ich hör dir zu Und deine Lernkurve Donnerstag Donnerstag Geht runter Bruder Erste Runde Danny Come on Wohin Wo ist Danny denn hin Meine letzten 10 Among Us Imposterrunden Habe ich 8 Wins geholt Ich schwörs euch Das ist kein Zufall Das ist smartes Spielen Ich wollte in den Camps gucken Abgewürdig Abgewürdig Das Problem ist Ich erwarte von Ryriex was Von Kuba Erwarte gar nichts Ich hab einfach geguckt Wo jemand war Unten rechts war niemand Dann hätte ich gesagt Ich war unten rechts Shields Und ich hab gesehen Wie Eldor nach oben gelaufen ist Also er kann den Kinn nicht gemacht haben Jetzt wird Willi mich beschuldigen Weil das Ding nach einer Sekunde angegangen ist Guck jetzt Wie ich dieses Spiel lese Wie so ein guter Sechser Wenn Willi, Mo tot sind Und ich Dann ist das Ding eh durch Oh mein Gott Wo ist die Leiche Kuba? So Die Leiche ist unten In Storage Direkt beim Band Storage Storage beim Band Das ist krasser Band Das ist krasser Band Das ist krasser Band Oder da wo dieser Müll ist Ah ok Dann würde ich Ich fahr Electrical Und Willi kam unten rein Willi kam unten rein Elektrical Könnte von Storage gekommen sein Wenn der Kind ein bisschen älter ist Willi müsste doch Camp sein Oder? Camps fahren an Ja später Später Genau genau Später ist Willi an den Camps gewesen Eh lieber links Reaktor Achmed war links Keine Ahnung wie er dann gekommen ist Und Danny war oben links Keine Ahnung wie du dann gekommen bist Willi könnte von Storage Richtung Electrical gekommen sein Danny bitte Bitte Danny Ich kann mich nicht aufregen Denn ich hab wirklich momentan viele Probleme Danny du wo war Wo bist du denn gekommen Bruder? Ich war Electrical Achmed mein Bruder hat sich küsst deinen Augen Ich bin von Storage Rein zu Electrical Er hat eine Task gemacht Und bin zu der Camps Ey was ist heute für ein Tag Achmed lass ich dich einschüchern Achmed lass ich dich einschüchern Lass ich dich einschüchern Lass ich dich einschüchern Du kennst deine Rechte Also ist Willi angesasst Ja Ja aber lass mich dann bitte Oder mein Stopp Bei Willi jetzt raus will Oder? Ne ich will skippen Ich will skippen Ganz kurz Ich habe was im Kopf Ich glaube hier wurde ein O2 gemacht Um direkt auf mich zu gehen Falls sie sagen ja Ja Smart Sehr sehr smart Man killt eigentlich Und Willi ist einer derjenigen der das weiß Und man killt eigentlich mich oder Willi als erstes Weil wir beide nicht gekillt wurden Kann sein dass einer von uns beiden Imposter ist Das sagt aber Eli nur weil er diesmal nicht Imposter ist Sonst würde er so einen Call nicht geben Das stimmt Eli ist nicht Imposter 100% Ich bin wirklich nicht Imposter Deswegen werde ich jetzt auch sterben Wenn ich mit Kuba laufe kann ich nicht sterben Weil Kuba hat diesen Kill niemals gemacht Solos kann er nicht sein Koray ist mit Achmed und Matze oben Der gewinnt die Runde nicht Chad Ich bin wie so ein kleiner Terrier Ich bleib immer dran Mo läuft nach unten Danny ist noch irgendwo rechts Wenn jetzt eine Leiche rechts ist Es ist Danny Wenn hier jetzt eine Leiche ist Es ist Danny Außer er ist gewandet Oder Matze Willi würde jetzt keinen Kill machen Sein Mate würde jetzt einen Kill machen Wenn Willi es ist Weil die Willi irgendeinen Visier haben Ich sag Willi ist es und er ist mit einem Losten zusammen Der keine Kills macht Und das ist nicht Check Und Willi kann keinen Kill machen Weil er sich das Vertrauen erarbeiten will Es können nicht so viele Kills hier passiert sein Ich mach so viele Meter Hier wird das ein Leiche sein Willi Oh mein Gott Willi ist tot Oh mein Gott Oh mein Gott Bro Wir müssen jemanden raus Warte mal Warte mal Ich hab die ganze rechte Seite Die ganze Zeit nach Kills abgesucht Ich hab nichts gefunden Dann war auch klar okay Dann dachte ich links muss doch was landen Ganz kurz ich muss unterbrechen An die Crewmates jetzt Strafft euch kurz Sonst haben wir verloren Hör mal zu 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 Ich war bei Admin und ich hab manchmal auf den Table geguckt Zwei Leute waren in Security Ich denke mal Willi ist einer von den zwei Und der ist tot Ich habe Achmed gefunden auf dem Mad Base Scan drauf Egal die einzigen beiden die ich nicht zutraue Ist Koray und Rybex Weil ich hab Lichter ausgemacht Rybex hat mich nicht gekillt Koray war ich rechts alleine Er hat mich auch nicht gekillt Ja den kann ich eigentlich auch ausschließen Danny wo bist du gerade Aber ich weiß nicht Danny Hör mal kurz zu Ja ja Dribbler Ich war storage Danny kam von links Danny was hast du links gemacht Links Digga ich war am Ende auf jeden Fall rechts Ich bin es nicht Oh mein Gott Nicht Ende Wo bist du rechts Warte mal Ich hab auch gerade rechts die Leicht abgesucht Was ich längst gemacht habe Ich bin davon überdruckt mit der Montas Ely kennst du auch einmal Cafeteria gesehen Von wo bist du gekommen Ely auch die ganze Zeit rechts abgesucht Hab ich gesehen Aber ich weiß es hat ein Spiel alt die gleich ist Aber kann Clown Call sein Aber ich glaube nicht dass Elys es ist Er war echt offen rechts Koray Selfepot geht immer Aber ich glaube nicht Ich war echt rechts unten alleine Bei Shields kein Kill Jungs ich glaube Danny ist es Ich glaube Danny ist es Und Rhyricks und Kuba habe ich bisher auf dem Schirm Aber ich würde eher Danny sagen Dann ist es Kuba 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 Ich rede einfach so nicht Weil ich lieber meine Schnauze halten Ich bin es nicht Ich bin es nicht Falsche Calls Das ist Quatsch Wie kommt es auf Danny Ein guter Imposter Wie kommt es auf Danny Mach Koray Mach Koray Mach mal Koray Mach mal Koray Denny war links Denny Denny Mach mal Koray Ich bin es nicht Es ist falsch Es muss falsch sein Was ist das für ein Call Ich glaube nicht dass es Danny ist Dein Call war viel zu random gerade Bruder ich habe doch gesagt Danny kam von links Das war voll random Ich glaube Danny war falsch Ach du Scheiße Eine Chance Eine Chance haben wir noch Ich bin mir übertrieben unsicher mit Eli jetzt Eli wolltest du mich gerade raus wählen Weil Danny dein Partner ist Nein Also ganz kurz Ich habe dich gesaved Nein Jungs Es macht keinen Sinn Eli raus zu kicken Weil er ist der Mate Weißt du Wenn Wenn er richtig war Weil er hat den ja auf einmal beschützt Wie Ganz kurz Darf ich ganz kurz sagen Du hast ja jetzt gerade Dribbler beschützt Ja Du meintest Dann macht es keinen Sinn dich jetzt raus zu kicken Weil dann macht der Wir wollen ja Ich sage dir meine Begründung Es muss aber anscheinlich richtig gewinnen sein Sonst hätten die jetzt gewonnen Außer die sind echt dumm Aber dein Corey Corey war völlig random Nein Bro ich habe dir gesagt Ich habe gesagt Also Mo hat ja gesagt Er kann mich safen und dryrake Ich Wenn ich nicht so wirklich safen konnte War eigentlich Mo und Kuba Kuba war mir auch ein bisschen rechts Tars Aber bei dir wusste ich Weil ich dich die ganze Zeit rechts gesehen habe Und Danny habe ich gesehen Dass er von links kam Ich sage Danny was hast du links gemacht Er hat ja Tars gemacht Kann richtig sein Kann auch eine Lüge sein Aber wir hatten sonst nichts mehr Wir hatten sonst nichts mehr Ich will hier schwierig Keine mehr verdächtigen Keine mehr safen Okay warte mal Das war anscheinlich richtig Das heißt Wir mussten wohnen Das heißt Kuba du Bei dir kracht es komplett Bei 6 muss man wohnen Ja Kora ist es nicht Ich bin es nicht Kora wir müssen zusammenarbeiten Mo hat mich sehr beschützt Hat er dich beschützt? Hat er dich beschützt? Hat er dich beschützt? Ich habe Kora beschützt Und Rybex beschützt Also ich war mit Kora ganz alleine Und mit Rybex ganz alleine Und weiter habe ich mich nicht gekillt Glaubt ihr Kuba spielt grad die Karte mit Boah ich hab verkackt Ich will jetzt nichts mehr sagen Nein Nein Also Kora ich muss es kurz wissen Ich muss es kurz wissen Weil wir müssen jetzt jemanden sagen Sonst ist es unfair Koray Hat Mo nicht beschützt? Mo hat mich gerade beschützt Mo hat mich gerade beschützt Aber kann er ihn verkauft haben? Ich würde Mo nicht die Hand ins Feuer legen Aber er hat mich gerade sehr beschützt Ja Wenn ich gerade nicht den Scher Also defuse Wir haben doch schon einen Ich würde Kuba machen Wir müssen Voten Wir müssen Emerson Warum müssen wir Voten? Ich würde Kuba oder Rybex Ely Nein Ich mach random Emerson Ja ist gut Mach einfach die Task fertig Das ist am besten so ja Wie kann man zweimal ein Doppelkill machen Ohne dass niemand was sieht Wie ist das möglich? Kuba Bitte bleib bei mir Wie kannst du weglaufen bei sowas? Mo GG's Na ja fick dich Oder die haben gespielt wie weiß ich nicht was Ich hab gewusst dass der Prime gerade oder so Oder wie sagt mich Mo so beschützt? Ely darf ich dir was sagen Ely darf ich dir was sagen Ely Jungs an alle die gerade noch Imposter waren Mo sagt ich zitiere Ich habe die Lichter ausgemacht Ich zitiere Ich zitiere Ich habe die Lichter ausgemacht Aber aber Kuba Korreinan Warte aber Kuba Wenn du Crewmate bist Bruder Warum machst du sowas? Wieso diese Boah ich hab falsch gemacht Ich will nicht mehr spielen Ich schwörs ich hab gewusst dass Danny falsch ist Weil er hat so unschuldig reagiert Ich wusste das Dann dachte ich das wäre Korrein Ey Bruder Ganz ruhig Chill 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 Ey an die Crewmates Einfach konzentrieren jetzt Kriegen wir jetzt hin Mal vielleicht Tasken machen die Tasken so nutzlustiger Real talk Ich gewinne nie über Tasken Aber Korrein Brennen Call Man hat es an der Reaktion gesehen Dann hätte ich aber safe gedacht dass es Korrein ist Weil ich so angst Also wenn Korrein so angst Dann muss es halt Aber ich verstehe auch Korrein Weil es war 6 Er musste Wir mussten jemanden rauswählen Aber wir haben uns halt auf Korreis Wort verlassen Was Quatsch war Weil Korrein washed ist Wenn die Jello nicht die Leiche findet Ist das Ding over Weil ich merke mehr wenigstens von wo die Leute gekommen sind Wenn jetzt zum Beispiel hier ein Kill irgendwo ist Dann kann es nicht Willi und auch nicht Matze passiert gewesen sein Wenn jetzt auf der linken Seite ein Kill gewesen wäre Es kann jetzt sein dass es Willi ist Alter Willi ist ganz frisch Willi ist sowas von geisteskrank frisch Das ist unglaublich Eldos und Dribbler liegen dann bei Electrical ne Drei Leute direkt Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Und Willi wurde Willi wurde Gekillt Hab ich ja gerade gesehen Ich hab aber grau gefunden Nicht Willi Ich hab Danny gefunden Danny liegt lower engine Das heißt Warte mal Es kam keiner aus Mit Bär aus Mond Choray redet Choray redet sehr schwammig Könnte sein dass sein Maidling gekillt hat Achmed und ich sind raus wenn Dullen das sagt Weil wir sind in Cafeteria Eli Geller sind sehr Nein Boah ich bin ein Junge Drei Leichen Drei Leichen trau ich dir zu Nein Bitte habt auch ein Auge auf Y-Rex Aber Eli hat letztes Mal auch direkt Willi rausgenommen Bitte habt ein Auge auf Y-Rex Wie kann man sagen dass O2 fixen nicht funktioniert Wie soll das nicht funktionieren Ich hab das Grüne gedrückt und es hat den Code nicht Mute 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 Ich kann niemandem vertrauen in der Runde Drei Erkill Und das meine ich schon wieder Digga Drei Erkill Und er kann so wenig daraus machen Choray Matze Achmed Achmed ist Choray ist Wir sind alle auf der Seite Choray Matze Achmed Mo und Orange Die sind jetzt alle unten Jetzt ist wieder eklig wenn jetzt ein Kill passiert Wenn hier jetzt eine Leiche ist ist es Mo Mo oder Kuba Doppelkill Sag ich Ne ist nicht Matze Kommt mir entgegen Dullen Kill Electric Kill oder Security Das sieht blöd aus bei Dullen Wo Woh 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 Ich war admin mit Dullen und Dullen und Dullen Oh ich habe es kurz gesehen ne also wir können eigentlich ausschließen weil drei waren admin er haben gefixt und zwei waren auf dem weg nach oben aber die haben wieder gewonnen die arbeit doch mit mir gefällt nicht also die leiche liegt der lechthal da waren zwei punkte spricht der impost aus der gewisse wir können eigentlich ausschließen drei waren wir sind sechs leute ich kann wir können drei schon mal ausschließen ich bin auf den gang ich wollte gerade richtung und ich bin admin und ich kenne sehr oft ich glaube ich dachte ich habe er der report das heißt er kann immer self report machen er ist nicht safe raus ja aber wieso sagt die beiden sind korai und kuba dass er einfach sagt er konnte und fixen von der runde davor bitte drei runde drei runden kuba korai mit denen bin ich gewinnt und mit mo und ryan bin ich auch auch wenn ihr eine leiche findet dann merkt euch doch wenigstens die letzten drei sekunden die letzten drei es wird ein dreier kill gemacht ihr könnt nicht eine person safe nicht eine einzige die in der aufbehalten weil ich habe die eventuellität aufgelassen bei uns und weiter ist es scheißegal der es wird ein dreier kill in der mitte gemacht wir beide waren links es müssten ja leute irgendwas gesehen haben in der mitte ja oder richtig auch das so nicht oder drei runden dreimal zu lassen gerade an glücksspiel also wirklich ich sag euch jetzt mal was wir müssen anfangen bei acht und so raus zu wählen weil bei sechs sind meistens nur noch doll ist in der lobby und dann haben die gewonnen jetzt schon bei acht auswählen ich schwöre ich spiele ich werde jetzt aggressive auswähler machen geisteskrank sobald jetzt jemand an einigermaßen zerstes wird er raus gewählt weil dann können dann hat man wenigstens so weiß ich nicht immer bei sechs man stirbt man wird sterben wenn jetzt hier links sind kohlen ist dann kann es korai sein und danny okay der arme jungen gibt mir gibt mir einfach nur den stammpunkt dann kann ich hier welche raushelfen mach einfach nur wo ist jeder genau nein danny sag mir bitte wo die leiche ist ganz kurz wir müssen zusammenarbeiten die ist reactor was die leiche ist reactor ok ganz kurz potenzielle leute und fickt euch jetzt fühlt euch nicht angegriffen sonst verlieren wir wieder ich sag es nur matze korai sind von links gekommen damit es mal gehört hat ich bin jetzt rechts ergeben kein sinn selbst wenn das falsch ist was ich gerade gesagt habe du warst aber ein stück du kannst auch oben gelaufen sein dass hier mal leute was gehört haben ich bin bei rechts auto komplett mit danny oder nehmen wir haben es doch egal ganz kurz ich will kurz reden bei leute nein sonst ich will nur kurz mal was sagen diese kurz matze mit diesen ich bin jetzt rechts ergeben kein sinn selbst wenn das falsch ist was ich gerade gesagt habe du musst lernen ja leute anzusassen ich sage ich sage ich sagen wo ist jeder danny bitte ich bin kurz er hat jemand will die irgendwann gesehen in der runde ich war nicht will die ist sehr früh gestorben und könnte sein erstes sieben sekunden ich habe es nicht ich habe es nicht ich habe es nicht ich habe es eben nicht verstanden wo ist denn jeder gerade ich bin ich bin aber am anfang ich bin nicht auf ich war nicht ich bin da nicht lang gelaufen ich war nicht einmal drinne warum denn jetzt medbay du hast doch gerade gesagt jungs die jungs die taktik ist es nicht wirklich denn die moe war mit mir von anfang an also alle bestimmt das ist es nicht wirklich nicht nein aber du musst ja mal sagen wo jemand war dieses jahr und ich bin ja da bin ich bei dir da bin ich bei dir aber wenn ich rechts bin und ich komme von links dann ist es falsch der kill passiert ganz links er sagt ich bin rechts na und ich brauche zehn sekunden nach ganz nach rechts zu kommen was ist das für korn sagt die leiche ist fisch pro man merkt wir haben drei mal verloren ja weil das so man verliert nicht dreimal folge man muss einfach mal so einfach leute mal in ring schmeißen dass das mal gehört wird wenn jetzt zum beispiel sagen wir mal irgendjemand man man beschuldigt drei leute und davon sterben dann zwei dann müssen die sich daran einfach erinnern dass dann wenn die bei anderen beiden tot sind dass noch einer übrig ist und das kann der dann sein wenn man nie jemanden beschuldigt oder dem mal irgendwie fragt dann wird nichts passieren dann wird bei sechs es gibt dann eine möglichkeit und zwar bei sechs dass einer ausgewählt wird das kracht hier so krassen ich glaube es gab es noch nie dass drei punkten gespielt worden und dreimal ring geholt wurde und er wurde immer gleich geholt bei sechs eine falsche entscheidung jetzt werden die gleich moke und dann ist das ding ober nur eine okay die imposter die liegt oben links bei mir ein table danny ist mir gerade entgegenkommen kopf und rechts eldos war mit mir links ist wahrscheinlich wird und zwar ich war ein admin und der waren punkte leichte gewesen genau was ist das leichte liegt oben links kafeteria an diesen kabel denn ist in kafeteria kam von rechts ich kann das war links ich habe mir kurz zu aber es kann sein es kann sein kafeteria gekillt mit der event die runde können die nicht gewinnen wenn jeder seine tasse macht ist das ding eigentlich schon danach geht es rein in monopoli der puppe party und danach auf dem arm den ring so jetzt müssen sie einen raus wählen und es ist wieder als wenn die das jetzt wieder schauen ich habe in camps gefunden und genau in camps und tür war auch abgeschlossen also ich kann zwei leute ich kann kann zwei leute safen und das ist und der zweite ist auch mit ich war admin und wollen ich bin es nicht wo ich bin es nicht ja wenn die drei sich rausnehmen können das ist jetzt so voll um den heißen brei das ist alles es muss jetzt um ahmed und eldos gehen weil einer diesen kill gemacht hat so einfach ist das und die labern so viel scheiße drumherum alles und dann nimmt niemand zept an die hand ahmed oder eldos ich weiß nicht was für das ist aber ich spiel es nicht auf ernst ich spiel nicht mehr moe fickt uns wieder alle richtig dicker nein 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 ich spiele nicht schulden und die drei sich rausnehmen müssen wir müssen wir machen wir müssen wir müssen wir müssen wir müssen wir müssen wir müssen warte warte habt ihr alle eldos oder was macht ihr bruder hä warum geht ihr so schnell ich habe sogar prediktet dass das so passieren wird bei sechs wird jemand einfach random rausgewählt weil die im jetzt so schlecht sind einmal als ich drinnen war meinte ich denn die war es nicht lasst nicht denn die wählen und korai war da der oh gott die haben gejokt sieht richtig aus kein emergency achmed raus gg's ja achmed raus gg's ja ist doch dann geht ja nur ich es geht ja nur ich oder korai oder ich und ich sage dicker ich sage moe fickt euch komplett ich sage moe fickt euch komplett ja dann muss doch achmed oder ich sein dann mach achmed raus wie kann das sein welches du kann noch sein achmed und ich dann mach achmed raus als erstes jetzt ist er selber mit drin und will mich als das ding ist achmed war halt bei beiden boos da involviert ja deswegen muss man deswegen muss man ihn voten moe ist letzte runde nicht auf eldos gegangen als einziger ich bin doch der erste gewesen ist man der chef ich würde mal sagen wir mal ich würde moe woten jungs moe ist es bitte wähl moe was ist los digga bitte wähl moe raus kuba ich kriege Kopfschmerzen hier ne für die armen anderen guck mal wie die ausrasten werden wenn sie jetzt wieder zahlen müssen ich küsse dein herr weißt du wie das das abrunden würde wenn kuba einfach niemanden wählt und es 2-2 bleibt das würdest du richtig abrunden und die dann ein doppelkill machen ich bin aber doch ich hasse das man kuba wähl ihn raus digga er fügt uns komplett doppelt kuba kuba also es geht jetzt an dich wenn die lernkurve nicht weiter warum müssen wir woten warum müssen wir das überhaupt kuba ich glaub das nicht das ist so geisteskrank bruder ich hab keinen bock mehr digga das ist so geisteskrank ich kann das nicht mehr ich kann das nicht mehr ich kriege Kopfschmerzen hier ich spiel nicht mehr ich spiel nicht erst abbricht das ist heute bruder das ist schlimmer als Slots glaub ich ich will kurz ne rede bei ich will kurz ne rede bei nein nein ich muss kurz ich muss kurz kuba kuba also es geht jetzt an dich wenn die lernkurve nicht weiter irgendwann nach oben geht dann kann ich dich nicht mehr ändern kuba bei allerliebe ich will kurz was fragen mo hat eldos in die pfanne gehauen was schon völlig scheiße von dir war nein es war es war nicht scheiße 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 warum wählst du danach mo warum wählst du mo wenn eldos in die pfanne gehauen wurde und mo es war bitte rede mit mir ich weiß ich weiß nicht denkst du nach beim spielen denkst du ja natürlich ich hab doch dumm vertraut man ich dachte wenn du dumm vertraut hast warum hast du da nicht auf warum er hat der eldos sogar auf ding sei gar auf ahmet es wird immer bis auf sechs leute gewartet und dann wird der falsche raus gewählt ich werde jetzt sofort raus wählen ist mir scheiß egal rega eli ich hab keinen bock mehr ja bro aber was soll ich dir erzählen dann was soll ich machen ich hab auch keinen bock mehr aber drei minuten gameplay 160 euro verloren ich auch ich auch also jetzt mal retalk ich hab drei ich schwöre es dir ich kann dir ein highlight ding daraus machen das geht drei minuten nicht mal drei minuten und einfach kann dann so ein check einkommen wie ich für call für call Geld verliere 160 euro ja also es geht jetzt es geht jetzt darum ich will mal jetzt ein appell an die crewmates ich will dass wirklich jeder jetzt mal sich konzentriert und darauf achtet wer wo war und dieses keine ahnung der eine call in der runde ich hab das licht ausgemacht und gewinnt ich werde jetzt raus wählen und ich werde aggressiv überall rumlaufen ich werde keine tasks machen ich guck mir das jetzt an ich werde jetzt ein paar tasks machen vielleicht nein tasks dass wir das gerade verloren haben geht gar nicht tasks machen keinen sinn am ende weil die werden mit o2 dass die aufsplitten und sowas ich hoffe dass ich meine leiche finde ich habe heute noch nicht einmal eine leiche richtig gefehlt so so wenn so früh ist muss man also sieht man manche ich habe o2 gemacht und dann bin ich richtung der und die liegt dann okay jeder hat strafft sich jetzt mal Koray hat diesen kill zu 100 prozent nicht gemacht ja diesen kill hat Elias zu 100 prozent nicht gemacht ihr müsst ein bisschen darauf achten wer bei euch in der nähe ist ich glaube ich kann auch Moor ausnehmen ich glaube ich kann Moor ausnehmen also du kannst mich rausnehmen aber ich kann dich leider nicht rausnehmen Matze wieso kannst du uns rausnehmen ich weiß ich wo du vorher warst ich ich lebe und ich kann Elias rausnehmen warte dribbler von wo bist du gekommen nee ich rede spanisch ich kam von admin ich bin runter habt ihr gesehen Elias nee ich rede spanisch nee boah ich bin's alles gut ich versuch dich doch rauszunehmen nein ganz kurz Jungs bitte keine Unruhe ich habe Willi ich habe Willi danke Elton Matze Matze wo ist die Leiche sag was die liegt zwischen O2 und Navigation ich habe O2 oben rechts gemacht und dann bin ich in Richtung Navigation für meine Tasks und die liegt zwischen Ok ich habe Fragen ich habe Fragen einfach nur kurz knackig antworten Achmed wo bist du wo oder ich bin auch O2 mach grad auch O2 mit Matze zusammen ja dann war ich mit O2 Achmed sorry und 2 war glaube ich O2 nee 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 wir waren das erste Domereignal ok Matze jetzt merkt ihr war Achmed die ganze Zeit mit dir kann er den Kill gemacht haben ja 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 nein nein ok Achmed hat den Kill nicht gemacht Korea hat den Kill nicht gemacht Mo von wo kamst du Mo war unten Storage Kam er von rechts oder von links Er kam von oben Admin irgendwie runter glaube ich ne dann bist du ich war Admin Storage dann wieder hoch also theoretisch Danny kam von Admin Danny ja ich kam ja ok gut Matze ganz gut aus Kuba wir haben gerade den Code zusammen gemacht also haben wir absolut gar nichts oder doch wir haben was wir haben was diesen Kill haben gemacht Kuba, Willi oder Eldos Einer von den 3 Hä Kuba, Willi, Hä Ja Wann Digga chill doch mal hab doch einfach nicht die sind angeshasst angeshasst bitte nehmt das doch mal nicht persönlich aber Eli ich sage was und jeder Ja nehmt das doch nicht persönlich Bro Einer von den 3 hat einen Kill gemacht das ist der Call wenn Willi es wirklich ist dann ist es gleichzeitig auch wahrscheinlich Eldos nicht zu 100% weil die beide sich safen können und dann heißt es entweder ist Eldos ein richtig schlechter Teammate was sein kann oder er ist ein Mate vorausgesetzt die die sich gesaved haben haben die Wahrheit gesagt wer wurde überhaupt gekillt Dullen Mike Kuba kann man Kuba steht da einfach rum Digga Kuba ist wie so einer der da einfach nur in der Gegend rumsteht und auch überhaupt nichts mitbekommt den killt man auch nicht Achmed Ohohoh Ben 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 So ich weiß grad nicht ich glaube ich habe das war Dennis Leiche die ist äh zwischen Shields Gang und Navigation ja ja diesen Elbow da ich hab einen fetten Call also rechts ich war an den Camps ganz kurz bin dann runter Electric gegangen Koray war mit mir ganz kurz drinnen und irgendeiner ist mit Mo reingekommen bitte ganz kurz sagen wer mit wem war dann kann ich sagen Jungs ich sag euch was Mo's Kill ist frisch sehr frisch dann muss der 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 Ely wir waren ja Link Security ne Wer war noch da ich weiß nicht mal genau aber gerade genau frisch jetzt meine ich jetzt meine ich genau und man sieht ja den Schatten von anderen Räumen wenn Wend auf geht da ist der Wend in Mad Bay aufgegangen ich denke Mo liegt in Mad Bay oder Electric Kilo und der Täter ist gerade Wer hat wer hat reported ich habe recht reported ich habe recht reported ich habe recht reported aber wo ist wo ist Mo das wissen wir nicht aber ich weiß dass in Mad Bay jetzt gerade ein Wend war ok alles klar weiß ich nicht warum man so wieder das gleiche Spielchen unnötig links waren so viele aber es wurde die falsche Leiche gefunden Willi, Kuba, Eldor ist einer von den dreien hat den ersten Kill gemacht ich bleib dabei und die leben alle drei noch Watz an den Camps hat nichts gesehen Alter Impostors GGs die haben gewonnen Bro es fackt mich so ab ich habe wieder gewonnen wer ist es wer ist es Willi ich wusste es seht ihr wie die gleich so ekelhaft reagieren wenn man die ansatzt hat Willi den ersten Kill gemacht ja ne ja nein ich muss reporten ich konnte nicht wegschauen von dem Eli dead for download task in admin ok es sind viele doch links eingestellt also Achmed Achmed Kuba links ins Rektor Kuba? wir haben wieder gewonnen Willi oder nicht Willi Willi und Dryrex war bei mir jetzt ist die Kill dir Hört mir zu ich 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 bin an den Camps safen und beweisen können das Koray Kuba Matze ja und Eldor wo bist du denn gerade hingelaufen dass die Leiche war von oben guck ich war Upper Engine ich habe dich ja bei Camps gesehen ich habe unten ein Kabel gemacht dann bin ich hoch gegangen dann rechts gang Cafeteria runter admin genau dort lag Eli und die Türen waren gerade zu in Cafeteria achst du nicht kurz Madbay bei mir ich habe kurz vielleicht Flasche geholt ja aber ich bin dann Cafeteria runter admin und dort waren die Türen dann zu dann bin ich reingegangen und Eli dead for download task das heißt wir kennen hier auf einen frischen Kill die kennen hier auf einen frischen Kill auf einen frischen Kill ja aber der frische Kill muss dann ein Safe-Report sein ja das geht nicht weil wir alle links waren weil wir alle links waren es ist nicht oder aber das dann würde ich das nicht sagen welchen Port ja aber wenn du sagst es ist ein frischer Kill ja ok dann nehme ich das vielleicht zurück oder nehme ich das vielleicht zurück ähm Jungs aber Eldor ist nicht zu sehen die ganze Zeit ne als ein Clip passiert ist hat Ahmed ich habe eine Frage wer kann Eldor safen wer kann Eldor safen niemand I don't know hätte sich jetzt jemand zu Eldor gestellt wäre das der zweite Imposter alle auf einen wenn dann sag einen Namen schnell Uba ich weiß es nicht warum ich? das macht ja keinen Sinn wir sollten verkackt haben ja das war es ich bin es nicht Jungs das war es wieder wir haben halt keinen Namen weil Bruder Raim ich hab nichts gehört Achmed ich hab nichts gehört Jungs reden wir nicht ich bin es 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 auch nicht wir haben gewonnen Aber du bist im Mute Willi ah das ist krass das ist krass kommt rein in die Lobby komplett krank weg Junge dann liegt die Lächle schon Jungs dann liegt die Lächle schon lange da was lacht aufhören oder halt das macht doch voll Spaß lacht aufhören wirklich du hast einen Ballon Also, ich gehe heute mit einem Win-Minus. Jetzt Minus. Eli können wir vielleicht das Projekt vorzeitig beenden, Bruder. Arme Mann komplett. Bro, wir spielen so lange weiter, bis die Crewmates einmal gewinnen. Intern was passiert. Aber das muss ja gekracht haben. Der muss Oliver Kahn jetzt so beleidigt haben oder so. Vor allen Dingen jetzt auch, wenn Thomas Tuchel, das ist voll riskant, wenn Thomas Tuchel aus der Champions League fliegt, vielleicht nicht den Titel holt und nur den DFB-Pokal, dann könnte es auch nochmal krachen. Also Thomas Tuchel hat jetzt auch Druck. Yo, what the fuck? Oh, Kuba hat den Kinn nicht gemacht. Anderen, wie sieht es auch mit euch aus? Könnt ihr mal was sagen? Eli hat den auch. Denny, wir sind uns doch gerade über den Weg gelaufen, Denny. Ja, du kamst mir entgegen, Richtung von Shields. Oben in Cafeteria, Eingang lag die Leiche und auf einmal gehen die Türenst Dubai Weapons. Also Koray, Heidi, Sass. Koray, Heidi, Sass? Was? Stilt. Nein, also jetzt mal Real Talk, Denny, ohne Spaß jetzt. Wir sind zu viert rechts gewesen. Eldos war bei uns, du warst bei mir, ich war da. Und noch einmal, ich glaube, es ist Ryrex, auch wenn er tot ist. Dass ich mit dir unten, wir uns da treffen in Weapons und du mich Sass nennst, nein, das ist krass. Du kamst mir doch von oben entgegen, oder nicht? Von Navigation in die Richtung, kamst du mir doch entgegen? Oder, wir haben uns, ja, aber wir haben uns doch unten rechts den Weg geschliffen. Ich bin auch nach links ganz stolz und du nach rechts nach oben. Ja, ja, du bist weggelaufen. Du kannst du von Cafeteria die Kirche gemacht haben oder lernst du von Weapons ganz stolz. Würde ich sagen, einer von euch beiden, muss es sein? Nein. Digga, ganz kurz, dass ich das unterstütze. Ich glaube gerade auch schon an einem Self-Record, to be honest. Ja, nein, 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 bitte, bitte, bitte nicht, Kuba. Bitte nicht. Denny ist es nicht. Ich unterstütze Denny seine Aussage. Ich bin mir... Denny hat es so... ...oder ich dachte, oh mein Gott. Nein, nein, Denny, ich habe es verwechselt. Ich möchte, ich möchte es nur sagen... Willi, rede mal, Willi, rede mal. Also, Willi, du sagst auch, dass es Koray ist. Ich bin an den Camps. Ja, Denny kann auf keinen Fall Self-Report sein. Ich habe ihn auf den Camps nämlich gesehen. Ganz kurz. Zweiter Call ist, Koray ist der Letzte, den ich da gesehen habe. Ganz kurz, ganz kurz. Koray labert auch immer so viel. Also Denny macht keinen Self-Report. Kuba ist es nicht, Willi ist in den Camps. Die anderen halten ihre Fresse. Willi müsste mich safen können. Man muss sich jetzt nicht rauswählen, aber du wirst rauswählen. Lieg ich jetzt raus? Ich skippe, ich skippe. Nein, nein, ich habe gewählt. Ich habe gewählt. Skippen, skippen. Bitte skippt. Mann, Bro. Oh, 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 oh. Ja, dumm, was? Einer will ich nicht. Saga. Denny, hast du ihn gewählt? Mit erhobener Schere habe ich ihn gewählt. Das war riskant as fuck. Wenn er es nicht ist, ist es zu 100% Willi. Boah. Denny, du hast zu früh reported, Denny. Das war ein Fehler, weißt du warum? Ah, ach so, was auschecken. Ja, er ist nämlich gerade in den Wend gesprungen. Weißt du, was ich meine? Sag mir jetzt. Also ich bin in Mad Bay und da ist keiner rausgesprungen. Warte mal, du bist in Mad Bay? Ich bin in Mad Bay. Wo ist es? Nein. Nein, ich bin in Mad Bay. Okay, ganz kurz, ganz kurz. Jungs, 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 jungs. Warum mich bin ich? Ich habe den scheiß Redeball, Bro. Sag mir einfach nur, ohne mich voll zu babbeln, wo die Leiche ist. Also ich habe eben Elektro-Kill kam mir Eldos und Willi entgegen. Dann laufe ich hinterher, Richtung Lower Angel, Richtung Security. Türen sind super Security. Willi und ich sind vor der Tür. Willi und ich laufen beide rein, Eldos liegt da. Wäre schwierig. Mats ist eben tot. Mo. Es ist Mo. Kuba und Dulln waren auf der rechten Seite. Ja, es ist... Ich war mit denen. Kuba, Dulln. Achmed, Kuba, Dulln haben den Kill nicht gemacht. Diesen Kill haben Danny, Willi, Mo. Einer von euch beiden. Wenn Mo es nicht ist, dann ist es zu 100% Willi. Falls Mo es nicht ist. Okay, ja, ja, fühle ich, fühle ich. Also entweder ist es Mo. Ich will, ich will, ich will, ich will. Aber wenn es doch Willi ist. Nein, ich weiß nicht. Also Willi ist... Sieben, skip'n. Skipp doch einfach. Es wäre schwierig gewesen für Willi, also es wird wahrscheinlich Mo sein. Aber wir haben doch schon einen. Nein, wir haben doch schon Koray. Danny, es ist unmöglich. Ich war doch mit dir vor der Tür. Ja, ja, wenn Koray richtig ist, Mo, dann bist du es zu 100%. Weil Willi ihn nicht auseinander... Nein, Willi, Schere ist um. Ist wieder scheiße von mir. Nee, super. Ja, es kracht wieder völlig. No, ich habe irgendwie das Gefühl... Hä? Du bist nicht Mew. Boah, du bist nicht Mew. Mo oder Willi, einer von beiden. Dass sie da so krass auf Koray gegangen sind. Das ist manchmal schon sehr so, ne? Wo du dir denkst, wie soll er das wissen? Wo ist Leiche, Eli? Leiche ist Cafeteria. Wir können es einfach machen. Ohne Diskussion, wirklich. Weht bitte Mo raus. Er ist rechts bei Weapons entlang gelaufen, wo Cafeteria zugesperrt waren. Kuba, dich und Achmed und Dulln habe ich alle in den Camps gesehen. Mo raus. Also ganz kurz, Dulln ist es nicht, Kuba ist es nicht. Die haben diese ersten Kills niemals gemacht. Wähle einfach. Ja, und Willi sind es auch in den Camps. Sie hat es auf jeden Fall safe. Leute, mach weg. Kuba, bitte. Ja, ja. Danny, ich habe den ersten Kill nicht gemacht. Und Willi, ich war nicht in den Camps. Wie hast du mich gesehen? Erklär mich, Bruder. Ja, das war Schwein. Das war sehr viel. Bruder, aber ich... Nein, 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 nein. Ich habe die Leiche gemacht, weißt du, ich habe die nicht mal gesehen, die Leiche. Ja, ja, Bruder, das ist wirklich... Wir haben dir viel Schwein gehabt, muss man sagen. Bro, ich bin doch erst später nachgekommen. Ja, aber die Tür war doch zu. Ja, er kann doch den Kill machen, rauskirchen und sich selber aussperren, hä? Aber die Zeit habe ich doch gar nicht. Du hast gut zehn Sekunden gehabt. Doch, doch. Ich bin gleich voll hektisch mit Hin- und Herschieben von den Subs, Digga. Da hat es gekracht heute, Chat, und zwar nicht zu knapp. Oh, dann wer war es jetzt. Äh, Jungs, ich glaube, da sitzt der Wendt. Wo? Weil, ich habe gerade den Code in der Mitte gemacht, und rechts habe ich wirklich den Wendt aufgehen sehen. Man sieht das. Ey, du bist du nicht admin mit uns? Ja, man sieht rechts diesen Wendt, Eli. Ah, der ist, dann ist er rechts rausgesprungen. Ist er rechts oben rausgesprungen? Also, er ist admin nicht rausgesprungen. Nein, du hast von admin den in Gang gesehen, den Wendt. Ja, rechts den im Gang. Ja, da sieht man nicht die Wand. Also, dann ist Dull nicht, weil ich habe Dullen war rechts oben bei Weapons. Ja, ich habe den so gemacht. Wie viele sind denn admin? Ich will es so weiter gehen. Willi, Eldos, Willi, Eldos, Dullen, wir vier. Ach, ich bin an O2 und Dullen kam gerade zu mir belaufen. Ja, aber du kamst von unten auf jeden Fall. Du kamst nicht von unten. Nein, ich stand schon dran. Ganz kurz, wer ist alles admin, bitte? Ja, aber du musst unten, dann lieber mit. Ich. Wir waren doch zu viert. Ich. Wir waren zu viert, ja. Ich war zu viert, ja. Ja, okay, dann Dullen nicht. Willi, Dullen war mit Zettel aus und ich sind admin. Ja, aber du bist ja von unten gekommen, da wo der Ventus. Also, Dullen ist raus, weil der war weg. Ja, das Ding ist, der kann ich aus dem Band nicht. Ja, weil ich war oben rechts die ganze Zeit und es ist keiner an mir vorbeigelaufen. Und dann muss er ja von unten gekommen sein. Und wenn Eldos sagt, der Ventus ist da aufgegangen, dann kann er ja nur sein. Ist ein starker Call. Chill, 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 chill. Aber haltet, Rirex wirklich eng. Ja, also falls Mats es ist, dann kann man beim Sechser-Vote, darum geht's hier. Dann kann man beim Sechser-Vote, ist er dann am Arsch. Ich möchte einfach nur merken. Ja, man sollte ihn nicht vergessen, halt. Heute mit Kaisar eine Stunde im Discord gewesen. Ich weiß nicht, wie lange der da liegt. Auf jeden Fall, der liegt vor Camps. Mo liegt vor Camps. Aber die Camps kamen an. Ja, ich hab grad reingeguckt, um zu gucken, ob ich halt wen seh, weißt du? So wie du letztes gesagt hast. Mäßig. Ja, ja, ja. Also ich hab geguckt, äh, nichts gesehen, da hab ich reportet. Also ich weiß 99 Prozent, dass die Camps an waren, weil ich mit Danny war in der Admin. Ich hab ja reingeguckt nach. Ich hab nicht direkt reportet. Ich hörte ganz gut mit Kuln. Nichts gesehen, nichts gesehen, ihr müsst sagen, wo ihr seid. Dull und ich waren Admin, dann sind wir beide runter in der Elektrokel, haben gefixt und Eli zusammen. Ich bin am Ende Admin. Ich hab Danny in der Integration gesehen und ich bin zur Communication gelaufen. Ich kann Ahmed safen, Danny safen, Eldor safen. Matsi ist immer noch zu 99 Prozent Sass, ja, nicht vergessen, bitte. Ja, 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 Matsi ist guter Roll, Danny. Ah, nee, 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 ist wieder scheiße. Kuba ist es nicht, Eldor ist es nicht. Danny ist es nicht. Wenn jetzt ein Kill passiert, kann es nur... Danny kann den Kill gemacht haben. Oh. Okay, jetzt übernehme ich das Zepter. Okay, ich übernehme das Zepter. Ich übernehme das Zepter. Okay, Jelly, mach. Ich übernehme das Zepter. Wir sind Nummer 6. Diesen Kill können nur gemacht haben. Dullen. Sag's hier. Matze. Nein, kann er nicht. Kann er nicht, Dullen. Ja, lass mich doch mal einfach mal was sagen, Bro. Dullen, Matze oder Willi. Einer von euch drei Pissern hat diesen Kill gemacht. Was? Eldor, Kuba, Ahmed, sag dir, wo wir waren. Wo war der Kill? Ich kann nicht safe, ich kann nur Kuba und Elisafen. Also ich sag mal so. Willi, wir waren anfangs zusammen und wir waren bei Communication. Und wir waren bei Stoge, waren wir in einer Gruppe zusammen. Die sich aufgelöst hat. Ja, wo war der Kill, bitte? Weil Leis aufgelöst hat. Ja, er hat sich dann aufgelöst, Willi. Und dann weiß ich wohl. Wo bist du hingelaufen? Willi, du bist da nichts gelaufen. Ich bin hochgelaufen. Ah, okay. Du bist da nichts gelaufen. Ey, ich bin in Admin gelaufen. Nein, ich bin in Admin gelaufen. Bruder, ich bin in Admin gelaufen. Hey, Ahmed, wer lügt dir? Ahmed. Oder Willi ist links entlang gelaufen. Ganz kurz, ihr die Namen zu Bescheid weißt. Achmed, wenn ich links entlang gelaufen bin, warte mal ganz kurz. Stopp' mal, stopp' mal, stopp' mal. Wenn ich links entlang gelaufen bin, dann muss mich doch einer an den Camps gesehen haben oder ich muss jemanden entgegengekommen sein. Wo kann man dich denn sehen da unten links? Also ich sag euch, erzähl mal was. Ich sag euch, erzähl mal was. Matze ist es zu 100% und sein Maid ist entweder Dullin oder Willi. So einfach ist das. Ich bin... Dullin, Matze, raus, weil er zu 99% safe ist. Bei 7 wählt man nicht, aber wir könnten es mal... Ja, lass scheiße, scheiß auf Matze. Aber Männer, wie gesagt, Willi ist definitiv auch nicht zu Admin gelaufen. Ja, ich sag, also diesen Kill haben gemacht. Dullin, Matze, Willi. Matze ist es. Dullin kann das nicht gemacht sein, weil er am Camps... Gut, dann hat es Willi gemacht. Dann hast du gerade deinen Maid verraten. Dann ist es Willi. Wurde auch er sagen, er ist Willi. Also erstmal mach mal Matze raus, so. Okay, und jetzt bitte lauft mit mir. Matze, alt jetzt. Ja, es muss sein. Okay, lass den weg, Jason. Aber mir ist wichtig, dass diesen Kill sonst... Ich glaube nicht, dass... Es muss Dullin oder Willi sein. Ich glaube nicht, dass Matze jetzt hier versucht, viele Kids zu machen. Dullin redet halt nie, ob er Imposter ist oder Crewmate. Ist scheißegal. Hey, Durs. Bist du gerade gewendet, Bro, oder wieso ist das alles hier gerade so? Ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Und Edi, Dullin hat recht. Dullin oder Willi, es war Nikolaas. Edi ist auf dem Gang zwischen Electrical und Lower Engine. Okay, und ihr könnt sehen, dass die Camps an waren. Aber wer war nochmal gerade als Admin? Ich mit dir, Durs. Oh Gott, Digga, guckte den Scroll. Und oben rechts war Kuba, er war auch nicht mit im Gang. Eldi hat eigentlich den Vent-Call gemacht. Erinnern die sich, dass das ist Dullin oder Willi? Ich bin aber doch gerade an die Camps. Also, ich denke bitte daran, dass Willi leider davor gelogen hat und nicht von Stolz war Admin gelaufen ist. Oder er ist nach links gelaufen. Okay, Ahmed, Ahmed, also jetzt, okay. Deine Aussage besteht meiner Aussage. Ich sag, du warst nicht, weil Admin ich. Du sagst, ich war nicht bei Admin. Okay. Aber dieses Mal steht doch felsenfest, dass ich an den Camps bin. Weil wenn die Camps blinken, dann ist da doch jemand an den Camps. Die anderen lassen sich so einschüchtern. Ey, du hast so Huber und Dullin werden nichts gegen ihn sagen. Ich hab da auch nicht drauf geachtet. Ganz kurz, Matze hat sogar gesagt, dass Dullin es nicht ist. Matze muss richtig gewesen sein. Also ist derjenige Willi, aber die checken das, die reden nicht so darüber. Warum? Wir müssen Willi rausschweben. Bruder, du warst noch gar nicht bei Admin. Deine Aussage schlägt gegen meine Aussage. Wenn die Admin nicht mehr laufen, dann müsst ihr Willi wählen. Aber, Bruder, du kannst doch skippen. Skippen, 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 Skippen. Das ist noch ein Safe Report. Ahmed, lass skippen. Achmed, dann laufe, Willi. Aber du wählst noch gar nicht mehr. Dullin hatte fünf Gelegenheiten. Aber er hat doch den... Wo ist die Leiche, Dullin? Sag mal bitte. Ja, auf dem Gang. Elektriker zu rein. Siehst du? Okay, wenn du nicht der Postler bist, Willi, geh, steh die ganze Zeit zu Kürt hier. Und falls einer stirbt, nehm ihr Ding, Ahmed. Mach doch den Tars, Alter. Ich bin zu Kürt, ich bin fertig. Ados sagt nie was gegen Willi, weil er so krass Schiss hat. Das ist auch so. Die alle da. Kuba hat Schiss, Ados hat Schiss. Der Einzige, der keinen Schiss hat, ist Ahmed. Das muss so klar, ganz klarer Kill sein. Wenn du oder Willi lebt, hören immer alle auf euch. Ja, ich weiß, da ist das Ding. Es muss jetzt ein richtig schlechter Kill von Willi sein, damit die gewinnen. So könnten die auch gewinnen, mit diesem O2-Scheiß. Und dass dann einer von denen das Joe Kuba ist da immer ein Kandidat für. Sehr gut. Let's go. Let's go. Sehr gut. Ich hätte nicht mal mit Tars wichtig. Ey. Du warst gerade ganz kurz sogar Elektriker. Kann das sein, Willi? Nee. Hat noch einer mehr als zweimal gewonnen? Also mehr als einmal, so zwei Doppelt, außer Red Rax? Ich glaube nicht, oder? Sonst andere nur einmal. Die Schubmatze von heute 10. Ja, ich würde mal zu aufzählen, sonst sind die bei Null bei alle einmal. Ja, genau. Nur Elders und Dulle wurden gefickt. Ja, ja. Ich muss Eli nicht geben. Und Kuba, ich habe letztens gewonnen. Ich habe von dir nicht bekommen. Elders und Dulle in Namen habt ihr. Du musst mir nur noch 10. Schreib, schreib das auf die Rechnung, oder Digga, ich mache gar nichts. Was ist? Das ist gar nichts, gar nichts. Hallo, gerade kam Mail von Twitch, ja? Eine 79 und mehrere 5x20 Euro ist okay? Zur Info. Ja, habe Helmung erst verloren. Achso, alles klar. Selber schuld. Das ist gar nichts. 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 Untertitelung des ZDF, 2020